Mein Gast heute im Studio ist Jay Kahn. Der ist heute angereist mit seinem schönen weißen BMW. Hallo Jay, schön, dass du da bist. Standst du am Fenster? Ja, ich stand am Fenster. Du Stalker. Ich habe ein bisschen gestalkt tatsächlich und ich habe gesehen, du bist gleich mal ausgestiegen und hast irgendwas poliert vorne. Es ging ja... Ja. Was ist passiert? Bist du unten am Parkplatz irgendwo gegengefahren? Ja, ehrlicherweise hatte ich den Eindruck bei mir zu Hause, als ich aus meiner Schrank rausgekommen bin, dass ich da irgendwas berührt hätte vorne, aber dem war glücklicherweise nicht so. Logo noch dran? Da war noch ein paar Logo noch dran und ein paar Fliegenleichen. Oh ja, schnell gefahren, ja? Schnell, naja. Fährst du gerne schnell? Wollte ja pünktlich sein hier. Oh ja, warst du auch, warst du auch. Aber jetzt bist du hier. Genau. Aber die Frage ist, wo warst du eigentlich im Juni? Du hattest zwei Wochen Auszeit irgendwie, hast dich mal so ein bisschen zurückgezogen, habe ich auf Instagram gesehen, da kam ein Post, so hey, ich bin wieder da, was war los? Da war ein Post, ja genau. Ich war hier, ich war immer da, aber habe einfach quasi so eine Art, ja, virales, digitales Detox mir gegönnt und einfach mal bewusst irgendwie zwei, zweieinhalb Wochen gar nicht in den sozialen Netzwerken rumgestöbert, zeitvertrieben, geschweige denn eigene Posts gemacht und das tat mir sehr gut. Also das kann ich auch nur jeden ans Herz legen und empfehlen. Sei mal ehrlich, wie lange bist du so am Tag auf Instagram, am Handy? Oh du, ich will es nicht wissen. Es wird irgendwann mal sicherlich eine App geben, die genau errechnen kann, wie lange, wie viele Stunden man oder Minuten man am Tag auf Instagram und Facebook verbringt. Und ich glaube, dass das Ergebnis bei mir wäre echt erschreckend. Kannst du ja mal gucken, gibt in den Einstellungen vom Handy, wird dir tatsächlich vorgeschlagen, musst du nur einmal einschalten, das lässt du mal eine Woche durchlaufen. Okay. Dann kriegst du das Resultat dann am Ende der Woche hingezimmert. Achso, ich dachte auf die glorreiche Erfindung, müssen wir mal warten. Ja, ganz ehrlich, an sich hätte ich eigentlich Angst davor, das herauszufinden, aber ich glaube, es würde mir gut tun in der Hinsicht, dass wahrscheinlich das Ergebnis so horrend wäre, dass ich vielleicht dann bewusst noch weniger Zeit in den sozialen Netzwerken verbringen würde. Was hast du denn gemacht in den zwei Wochen, wo du dann nicht am Handy warst? Wie viel mehr Zeit hattest du denn auf einmal? Du, ich lag jetzt nicht irgendwie im Halbkoma zu Hause im Bett. Ich bin trotzdem meinem normalen Alltag nachgegangen. Ich war viel bei mir im Studio, habe viel gearbeitet, viel geschrieben, viel produziert, Menschen getroffen. Das, was man auch vor Social Media getan hat. Die sozialen Kontakte mal so wieder ein bisschen belebt, jetzt gerade auch jetzt, nachdem der Lockdown irgendwie entlöst wurde vor einiger Zeit. Und das tat mir einfach sehr, sehr gut. Ich habe es auch gar nicht vermisst. Also bist du wieder ein bisschen runtergekommen sozusagen? Ich bin ein bisschen ausgeglichen, habe wieder ein bisschen mehr zu meiner Mitte gefunden. Wie ist das, wenn du nicht ausgeglichen wirst? Woran merke ich das? Ich kann recht ungeduldig werden. Und wenn ich das Gefühl habe, die Dinge gehen nicht schnell genug, dann werde ich vielleicht ein bisschen ungemütlich. Also jetzt nicht böse oder so. Bist du eine Prinzessin dann so ein bisschen? Nee, Prinzessin nicht. Das hast du sehr schön gemacht mit der Bewegung. Nee, aber ich werde dann schon ein bisschen fordernd und bin dann auch sehr hinterher, was auch teilweise ein Vorteil sein kann. Aber manchmal kann es andere und vor allem auch einen selbst irgendwie ein bisschen zur Weißgut treiben. Und das ist nicht so förderlich. Aber wie du ja merkst und hörst, ich arbeite an mir. Du bist so voll im Schlager-Business drin. Wie ist das jetzt bei dir privat? Vielleicht Familie? Kannst du da vielleicht mal so einen Blick hinter das Türchen? Das sind eigentlich die meisten schon, aber ich sage es dir gerne nochmal. Also meine Familie, sprich meine Eltern, leben in Berlin glücklicherweise. Und ich bin ein sehr familienorientierter Mensch. Also ich sage immer, ich bin da, wo meine Eltern sind. Denn meine Eltern, die haben jetzt ein gewisses Alter erreicht. Und ich finde es immer sehr interessant. Also ich vergleiche es immer so, ich habe immer das Gefühl, dass so ein bisschen die Rollen sich vertauschen. Zumindest fände ich es so schön, wenn das jeder so sehen würde, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Kinder dann auf ihre Eltern aufpassen. Also meine Eltern sind noch verhältnismäßig jung, dafür, dass ich schon so ein alter Gaul bin. Also ich bin 38, meine Eltern sind 61. Das heißt, die haben mich sehr jung bekommen. Aber dennoch, mein Vater war 40 Jahre lang Gastronom und das geht auch nicht spurlos irgendwie an einem Menschen vorbei. Und hatte auch einiges hinter sich, auch einige Erkrankungen. Und da ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir Kinder auf jeden Fall unseren Eltern beistehen. Ansonsten bin ich sehr glücklich liiert, noch nicht verheiratet. Und Kinder stehen auf jeden Fall auf der Wunschliste, natürlich. Wie viele? Eins, zwei, fünf, zehn? Ach, das ist mir ehrlich gesagt schnuppe. Vielleicht nicht eins und vielleicht auch nicht zehn. Aber ich denke, zwei ist eine gute Zahl, weil ich habe vor, in dieser Großstadt weiter zu leben. Und ich glaube, zwei Kinder in der heutigen Zeit, in einer Großstadt wie Berlin, ist schon eine ordentliche Aufgabe. Und ich will auch wirklich ein sehr aufmerksamer Vater sein und kein nachlässiger Vater sein. Und ich glaube, so ab drei, vier Kinder wird das bei jedem Wohlwollen sehr schwer. Ja. Apropos zwei, du hattest geschrieben im Netz, ein Mann hat zwei Leben. Das zweite beginnt, sobald er realisiert hat, dass er nur das eine hat. Ja. Was meinst du damit genau? Na gut, in erster Linie ist es natürlich ein cooler Spruch, wie ich finde, der sich gut lesen lässt. Aber wo auch eine Menge Wahrheit drin steckt, sonst hätte ich den auch nicht so gepostet. Und wenn du jung bist, meinst du dir gehört die Welt, du meinst, du lebst für immer. Das ist selbsterklärend, das dachte ich auch früher. Und man vergisst in seinem jugendlichen Leichtsinn, dass man wirklich auch nur dieses eine Leben hat. Und das verleitet einen auch des Öfteren dazu, Dinge zu tun aus der Unüberlegtheit. Und wenn man älter wird, also wie zum Beispiel in meinem Falle, dann befasst man sich natürlich immer mehr und mehr damit, dass man logischerweise nur dieses eine Leben hat. Und das ist so ein bisschen so, ja, der Turning Point, der Drehpunkt im Leben, finde ich, eines Menschen, wo du wirklich auch diese Erkenntnis hast. Wir gehen ja alle durchs Leben und es gibt diese Floskeln, so lebe jeden Tag, als wäre es irgendwie der Letzte. Aber so wirklich den Tiefsinn dahinter sehen wir nicht. Und als ich für mich, da gibt es jetzt kein bestimmtes Datum oder kein bestimmtes Jahr, als ich zu dieser Erkenntnis kam. Aber für mich realisiert habe, wow, es gibt wirklich nur dieses eine Leben. Dann hat sich bei mir in meinem Leben schon einiges fundamental verändert. Also es gab jetzt kein Ereignis, weil du sagst, es gibt kein Datum, aber gab es ein Ereignis, was das so hervorgebracht hat? Vielleicht kein spezifisches, aber so eine Akkumulation von mehreren Ereignissen. Also zum Beispiel auch die Krebserkrankung meines Vaters, der jetzt toi 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 wieder gesund ist. Aber das sind so Momente, wo du merkst, wir sind alle sterblich und dass gerade auch so Menschen mit Vorbildfunktionen, die auch für Stärke immer standen und symbolisiert haben, dann auch irgendwann mal ein zerbrechliches Gewand bekommen können. Das sind so wichtige Erkenntnisse, glaube ich, im Leben eines Menschen, wo du merkst, es muss nicht immer so sein, wie es jetzt ist und es wird auch irgendwann mal nicht mehr so sein, wie es jetzt ist. Und das ist eine krasse Erkenntnis. Du bist jetzt dann quasi in der Hälfte, in dem Leben Nummer zwei angekommen, wenn ich das richtig verstehe, wo du das Gefühl hast, ja, so langsam beginnt die andere Hälfte, mehr Verantwortung übernehmen. Warst du ein Draufgänger früher? Ja, definitiv. Also da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, so eine gewisse Draufgängerische Manier, die wird auch immer in mir drin bleiben, in jederlei Hinsicht. Also jetzt nicht nur, was so, keine Ahnung, den zwischenmenschlichen Kontakt betrifft, sondern einfach eine Möglichkeit sehen und sie wirklich beim Schopf packen und einfach durchziehen. Das wird immer in mir verankert bleiben, denke ich. Aber ich hatte auf jeden Fall früher so diese klassischen Sturm-und-Drang-Phasen, ne? Was war denn früher so eine Aktion, wo deine Freunde sagen würden, das war typisch J.K.? Na, ich ließ selten was anbrennen. Da ging es immer gleich heiß her, ja? Schon, sehr oft, ja. Dazu stehe ich auch. Ich meine, alles andere wäre gelogen. Mach dich auch zu dem, der du bist heute. Ja, und das war eine sehr wilde, aufregende Zeit, aber auch keine Zeit irgendwie, wo ich wehleidig zurückblicke, sondern das war ein Kapitel meines Lebens. Und ich glaube, das durchleben viele Menschen, Frauen sowohl als auch Männer. Aber ich für mich erkenne jetzt an, okay, da hat sich schon eine Entwicklung aufbereitet. Ich bin jetzt nicht irgendwie jemand, der in seinem Strebergarten irgendwie dreimal die Woche sitzt. Das kann auch irgendwann mal in 20, 30 Jahren passieren. Der Gedanke gefällt mir wahrscheinlich immer mehr und mehr, aber ich muss jetzt nicht an einem Wochenende, wenn ich mal die Zeit habe, per Teufel komm raus, um die Häuser ziehen. Ich kann sehr, sehr, sehr gut einen schönen Abend zu Hause auf der Couch verbringen und einfach ein paar schöne Filme schauen und um halb zwölf ins Bett gehen. Und wie du gesagt hast, multipliziere mein Alter mal zwei, dann hast du 76. Ich hoffe, ich werde 76. Natürlich will ich auch älter werden, aber 76 ist schon eine ordentliche Zahl und zeigt auch wiederum, wie alt ich jetzt schon bin. Demnach könnte rein theoretisch das jetzt schon der zweite Abschnitt meines Lebens sein. Das sind echt so heavy Themen, aber ich kann mir nicht selber helfen, mich dem auch ein bisschen auszusetzen und auch mich mit dem zu konfrontieren, weil das beschäftigt mich. Wenn man jung ist, dann plant man nicht unbedingt voraus, sondern lebt so im Hier und Jetzt und von gestern ins Heute. Was ist für dich, wie sieht deine nächste Zeit aus, wie stellst du dir denn deine nächste Zeit vor? Also das Schöne ist, und das sehe ich bei sehr vielen Leuten in meinem Alter und auch jünger, dass es nicht mehr vorhanden ist. Also ich habe immer noch wirklich dieses Feuer im Ofen, also diesen Ehrgeiz und ich bin immer noch sehr ambitioniert. Das heißt, ich stecke mir immer noch Ziele, ich arbeite auf Dinge hin und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich glaube, das Erreichen der Ziele ist eher zweitrangig. Also daher kommt auch der Spruch, der Weg ist das Ziel, weil dieser Ambitionismus und dieser Ehrgeiz, der bringt dich vielleicht nicht immer ans erhoffte Ziel, aber auf dem Weg dahin machst du andere Erkenntnisse, lernst andere Menschen kennen, machst andere Erfahrungen, landest vielleicht ganz woanders, aber merkst dann im Nachhinein, wieso das alles sein sollte. Hättest du gedacht, dass du mal im Schlager-Business landest? Wahrscheinlich nicht, nein. Aber wenn man dann drüber nachdenkt und Revue passieren lässt, waren eigentlich alle Zeichen dafür gesetzt. Also meine Mutter liebt Schlager, hat immer Schlager zu Hause gehört. Meine erste Nummer eins, die ich für einen anderen Interpreten geschrieben habe, das war für die Band Overground, Schick mir nen Engel, war Nummer eins in Deutschland, Österreich, Schweiz und würde heute als klassischer Schlager klassifiziert werden. War eine Ballade auf Deutsch, Schick mir nen Engel. Also mehr Schlager resker geht's nicht. Demnach, eigentlich waren die Zeichen gesetzt. Dennoch war ich natürlich komplett noch auf meinem Trip als Engländer, der ich bin, englischsprachig, international. Das habe ich ja auch gemacht. Aber ich bin froh, dass sich der Kreis so geschlossen hat. Sagen wir es mal so. Froh bist du oft auch auf deinen Bildern. Du lächelst immer sehr viel. Magst du mal lächeln? Genau, da ist es das Lächeln. Wie ist es für dich vielleicht auch an Tagen, die so ein bisschen trüb sind, grau sind, die nicht so einfach sind? Und fällt es dir da manchmal schwer, auch irgendwie in der Öffentlichkeit dann so happy zu sein? Oder gehst du da authentisch mit raus und sagst, ey Leute, ich bin heute einfach nicht gut drauf? Ja, also ich finde, man sollte sich immer ein Stück weit zusammenreißen. Aber wenn man mal einen Tag hat, und das ist vollkommen okay und in Ordnung, wo man einfach nicht gut drauf ist, wo es keinen bestimmten vordergründigen Grund für geben muss, aber man hat einfach einen Hänger, dann sollte man jetzt sich auch nicht da irgendwie forcieren und so tun, als wäre man irgendwie der glücklichste Mensch auf Erden. Demnach gehe ich da, wie du damit gesagt hast, eigentlich relativ autark mit um. Aber ich finde, bis zu einem gewissen Grad sollte man sich, wenn man schon in der Öffentlichkeit steht, zusammenreißen. Wenn ich jetzt an diesem einen besagten Tag, wo ich echt schlecht drauf bin, den Luxus habe, nur von naheliegenden Freunden und Menschen irgendwie umgeben zu sein, dann muss ich auch nicht lachen. Aber wenn ich, und das kommt auch mal vor, beispielsweise eine Show habe, ein Konzert, einen Auftritt, und es ist einfach mal einer dieser Tage, die selten bei mir vorgekommen, zugegebenermaßen, dann muss man sich auch ein Stück weit zusammenreißen. Wann war denn zuletzt so ein Tag, wo du das Gefühl hattest, muss ich mich zusammenreißen? Oder wo du auch sagst, war ich super glücklich? Ja, ich muss dir gestehen, es geht mir heute echt beschissen. Na, Quatsch. Jetzt dachtest du, jetzt hattest du mich. Nein, das kann ich dir überhaupt gar nicht sagen. Abgesehen mal davon, weil es ist schon eine Weile her, dass ich einen Auftritt, beziehungsweise ein richtig klassisches Booking hatte, durch Corona. Aber ich habe das große Glück, dass wenn ich Auftritte und Shows habe, ich generell immer ganz gut aufgepumpt bin und vorfreudig bin. Also, weil ich liebe es einfach, auf der Bühne zu stehen. Das heißt, es ist eher der Fall, dass, wenn es mir mal schlecht ging und ich dann die Möglichkeit habe, auf eine Bühne zu gehen, es mir dann gut geht. Also, es ist für mich eher eine rehabilitierende, therapeutische Maßnahme. Apropos aufgepumpt, hast du dich fit gehalten während der ganzen Lockdown-Phase? Habe ich, habe ich. Also, bin viel laufen gegangen, auch Sport zu Hause gemacht. Man kann ja sehr viel zu Hause machen, wenn man will. Und allen voran auch auf meine Ernährung geachtet. Ich habe jetzt bestimmt gut sechs Kilo abgenommen und das tat mir gut. Das ist, also ich war jetzt davor jetzt nicht fett oder so, aber ja, man hat schon gemerkt, okay, ein bisschen geht da auf jeden Fall was. Und ein paar Sachen abgestellt, abgelegt und das tat mir sehr gut. Bist du diszipliniert da, da wirklich richtig ranzuklotzen? Ganz ehrlich, ja, muss ich wirklich gestehen. Und, also, es würde wahrscheinlich den einen oder anderen Mitmenschen nerven, so diszipliniert bin ich. Also, aber ich belohne mich auch. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie komplett stumpf irgendwie mein Programm durchziehe. Sechs Tage die Woche habe ich einen ziemlich, nicht einen ziemlich, sondern eigentlich einen sehr geregelten Ernährungsplan. Und am Sonntag, da lasse ich die Sau raus. Und das ist ein richtig schöner Cheat Day und da esse ich, was ich will und was mir auch in die Quere kommt und worauf auch immer ich Lust habe. Und das finde ich ist okay. Also, ich habe dir da ja vorhin, bevor wir mit dem Interview gestartet haben, habe ich dir Gummibärchen in die Hand gedrückt. Jetzt wusste ich nicht, also Sonntag ist eigentlich dein Cheat Day. Ja, aber ich glaube, die halten bis Sonntag. Die halten bis Sonntag. Dabei ist heute eigentlich Tag, internationale Tag der Schokolade. Jetzt würde ich das ganz aufzeichnen hier. Das mag sein, aber kein Sonntag für mich, was soll ich sagen? Aber eher Team Gummibärchen oder Team Schokolade? Gummibärchen, tatsächlich. Welche? Wie welche? Naja, welche Farben zum Beispiel? Ach so. Manche sagen, ich picke mir nur die gelben raus. Ja, nee, du hast recht. Die roten und grünen. Die roten und grünen mag ich. Naja. Weiß, gelb ist nicht meins. Aber ich esse eigentlich alles. Eigentlich nehme ich immer eine Hand voll und los geht's. Zack, einfach in den Mund. Yes. Der schnelle Zucker. Genau. Was ist deine stärkste Schwäche? Da muss ich erstmal die Frage verstehen. Meine stärkste Schwäche? Die Schwäche, die am meisten durchkommt, mit der du immer wieder total konfrontiert bist im Alltag. Ah, okay, 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 okay. Also meine größte, okay, meine stärkste Schwäche. Ja, das ist so ein Wortspiel im Grunde. Ich verstehe, ja, ich merke schon. Ähm, naja, die Ungeduld habe ich vorhin schon angesprochen. Ähm, ja gut, das resultiert auch wieder zurück. Das geht wieder zurück auf Ungeduld. Ähm, wenn ich etwas geklärt haben möchte, beziehungsweise etwas unter Dach und Fach bringen möchte, dann habe ich manchmal echt das Problem, auch mal loszulassen und zu sagen, okay, lass es einfach geschehen. Also wenn ich für mich merke, warte mal, alle Werkzeuge sind da, um es eigentlich rein theoretisch jetzt erledigt zu bekommen, dann will ich es dann auch in dem Moment erledigt bekommen. Aber so funktioniert das Leben nicht. Diese Erkenntnis habe ich zumindest schon gemacht, das war nicht immer so früher. Ähm, und da ertappe ich mich, ähm, ab und zu mal selbst bei, so wie ich so, ähm, dann selbstreflektierend merke, okay, Jay, entspann dich, lass die Dinge auch mal geschehen. Äh, es gibt eine höhere Macht und einen, einen großen Plan und solange du deinen Teil beigetragen hast, wird der Rest sich fügen. Wofür bist du denn im Leben am dankbarsten? Ähm, oh, also jetzt mal ohne Spaß, es gibt, also zehnmal deine Liste, die da, die du da vor dir hast. Gut, dann sag mal die Top 3, was sind die Top 3 Dinge, deine Favorites? Meine Eltern, meine Gesundheit und dass ich das machen darf und mit Geld verdienen darf, ähm, was ich liebe. Also mehr geht nicht, mehr geht nicht. Gibt's auch was, was du noch nicht getan hast, wo du sagst, das möchte ich unbedingt mal machen, das muss gar nicht beruflicher Natur sein, das kann auch was ganz anderes sein? Also, ich war schon wirklich an vielen Orten der Welt, aber leider halt zu 99 Prozent immer nur beruflich bedingt, das heißt mit Us5 zum Beispiel haben wir wirklich die ganze Welt gesehen, ähm, aber teilweise nur Hotels. Ähm, so mit Anfang, Mitte 20, da hast du nicht irgendwie, äh, die Ambition, wenn du gerade in Singapur, Thailand oder Japan bist, dann nochmal irgendwie extra drei Stunden früher aufzustehen, äh, bei deinem turbulenten irgendwie Stress und zu sagen, hey, äh, Person XY, bitte zeig mir nochmal die Stadt. Ähm, und das bereue ich jetzt ein bisschen, ähm, demnach, ich würde echt noch gerne, äh, ein paar Länder sehen. Auch teilweise Länder, wo ich schon war, aber nochmal mit einem anderen Bewusstsein. Welches Land hat's dir denn da besonders angetan? Hast du da was im Kopf? Ja, ja, hab ich sofort was im Kopf? Japan. Japan ist ein faszinierendes Land. Ist auch, wie gesagt, ein Land, von dem ich aber viel gesehen habe. Also, da würde ich auch gerne zwar wieder hin, aber, ähm, da gibt es andere Länder, da hab ich nichts von mitbekommen. Ähm, aber Japan ist ein sehr faszinierendes Land. Also, die Kultur, die Menschen, mega, mega interessant, sehr inspirierend. Wenn du, hier, ich hab meinen imaginären Knopf, da drück ich rauf, du schläfst ein und wachst morgen auf und hast eine Fähigkeit, die darfst du dir aussuchen. Kann eine super Fähigkeit sein oder was auch immer, was wäre das? Eine super Fähigkeit? Ich wäre gern unsichtbar. Oh, okay, wieso das denn? Dabei stehst du doch so gern auf der Bühne. Wieso willst du denn jetzt unsichtbar sein? Na, es wäre eine von vielen Fähigkeiten. Ist ja eine Fähigkeit, die ich bedienen könnte, oder? Ja, genau. Ja, die wäre doch mega. Wenn es mal schlecht läuft auf der Bühne, dann zack, weg ist er. Ja, genau, verschwinden lassen, ja, super. Ähm, nee, aber ich glaube, ähm, boah, da würdest du Dinge rausfinden können, ähm, an Informationen gelangen, an die du nie sonst kämest. Also, ich fände es schon sehr interessant. Du bist neugierig. Natürlich. Also, ich kenne keinen Menschen, der nicht neugierig ist. Britischer Geheimagent Jay Khan. Das wäre Hammer. Das wäre der Hammer. Würde ich nicht nein zu sagen. Jay, wenn du auf der, auf der, auf der Bühne stehst, oder du stehst ja auf der Bühne, aber mit wem würdest du denn gerne mal auf der Bühne stehen? Gibt es so einen Star, zu dem du aufblickst? Du bist jemand, der dich irgendwie total fasziniert, wo du sagst, boah, wenn ich mit dem auf der Bühne gestanden habe, dann schlafe ich ruhig. Hm. Ich glaube, es gibt keinen Star auf der Welt, ähm, mit dem ich auf der Bühne stehen könnte und danach ruhig schlafen würde, weil ich habe sehr oft unruhigen Schlaf. Aber, ähm, es gibt sehr viele, ähm, sehr viele Künstler, ähm, die ich bewundere. Ähm, mein größtes Musikalsidol war George Michael, der ist leider verstorben. Ähm, das wäre natürlich die Krönung gewesen. Ich hatte den, den, das riesengroße Privileg mit Robin Gibb von den Bee Gees auf der Bühne zu stehen. Das war eigentlich schon für mich fast die Königsklasse. Roland Kaiser, Helene Fischer, Andrea Berg, die drei. Standest du oder willst du? Würde ich gerne. Ja. Würde ich gerne. Das wäre dann, dann sagst du, das ist dein perfekter Tag. Das wäre sensationell. Ja, vielleicht, die Wünsche gehen raus, vielleicht wird das ja sogar wahr. Vielleicht wird das ja sogar wahr. Hey, ich glaube daran. Ich meine, also getroffen, kennen, auf einer gewissen Ebene kenne ich alle drei. Ähm, Roland Kaiser unter anderem war öfter mal damals bei mir im Lokal, Zug zu Gast, zum Essen. Aber rein musikalisch, ähm, und künstlerisch ist das für mich schon wirklich Champions League. Dann hoffe ich für dich, dass du da hinkommst. Ich auch. Jay, schön, dass du heute da warst. Danke für deine Zeit. Danke dir. Und ich drücke dir die Daumen, dass dein Traum da wahr wird. Ich sage immer, wenn jemand einen Geburtstag hat, sagt man natürlich herzlichen Glückwunsch. Aber ich wünsche auch immer, dass sich alle Wünsche erfüllen, bis auf einen. Damit man nicht aufhört zu träumen, denn die Träume treiben dich an und helfen dir, weiterzumachen, jeden Tag aufzustehen. Das nehme ich mit, Leon. Durch diese schweren Tage zu manövrieren. Das finde ich, das klingt cool. Danke dir vielmals. Deswegen, alle Wünsche bis auf einen. Danke, Jay, schön, dass du hier warst. Danke, mein Lieber. Danke. Danke.